feld wird wird so ungefähr bis 7 oder 8 8 Uhr warten 9 Uhr es geht los wie sieht's aus wir haben relativ wieder ordentliches Auseinanders zaubern was will man mehr der Weg über Fernheim ist wirst nicht kürzer wenn ich den nehmen wir jetzt dann nehmen wir den direkt auch gleich mal dann brauche ich nicht so lange laufen weil die Laufwege sind ja wirklich extrem hier aber das hat man ja in den letzten 60 Parts von den LP ja schon gesehen dass sie extrem sind deswegen dürfte es ja eh niemanden mehr stören hoffe ich doch egal wir laufen hier wieder durch irgendwie naja Nagazempel vermisse ich ein bisschen war nicht so große Raum immer wo starke Mops kamen Lager waren schnell besiegt haben gut Tränke gegeben irgendwie naja ich hoffe dass es dann noch immer noch so schön ist bei denen wo wir dann als nächstes kommen als letztes wo ich das muss dann für mich blind wird weil ich kann mich dann nicht mehr so dran erinnern was sie getroppt haben die Mops dort aber ich glaube es waren keine Eiltränke und das finde ich eigentlich relativ schade aber okay das würde ich mal jetzt hin das wird dann eh ein bisschen lustig dort da weil ich habe schon viel böses gelesen ich hoffe dass ich das irgendwie auf die Reihe bekomme und das ist die haben wir schon geöffnet das ist gut und naja mal gucken wird jetzt fast noch ein spaß diese Aufnahme welches kann ich jetzt nicht schaffen das weiß ich jetzt schon deswegen kann ich gucken wie lang Ich kann mal gucken wie groß ist das ist ja öde was ich groß mache Nö Dauer geht nicht naja leck Ich weiß da gar nicht gerade hatten wir schon mal die pikalschaft mit baummonstern gemacht ich weiß gerade nicht wie die heißen für mich sind es einfach baummonster weil eben ist so fernheim das 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 Perfekt hat funktioniert das machen wir noch mal im fernheim ja genau wir gehen zu unserem lieben magierfreund denn ich will wissen was wir jetzt für den zauberer brauchen und es gibt was für mich zum naschen mal wie das entlang bei einem lp sind sogar genau richtig was für ein luxus weil genau hier wollte ich hin schön euch wieder zu sehen die magier gilde gratuliert euch zum sieg über lehrokma und dazu dass ihr fehrer stuhl von dem dunklen fluch befreien konnte ihr habt euch ein neues wappen verdient natürlich hätten wir uns ein neues wappen verdient wie wäre es dann anders zu erwarten gewesen und das ist okay ich will nämlich ein neues wappen köln magie brauchen wir nicht handeln naja ne treffen auch ne es ist es ist jetzt nicht mehr so dass wirklich umarktiv deswegen immer ich müsst weil geführte lebt wo jetzt müssen wir noch mal und eine gute reise wünsche ich genau deswegen an es ein worum wir heißen euch willkommen in meinem geschäft findet ihr mächtige zauber und acht der fach da wir jetzt diese aufgabe erfüllt haben steht uns der weg als magier frei mal gucken ob wir die vorstelle anfordern ein magier hat folgende voraussetzungen attribute stärke 30 intellekt 45 geschicklichkeit 40 gewandtheit 40 gesundheit 35 und ehre 30 fertigkeiten leichte waffen sieben parieren fünf arkane magie fünf höllen magie zehn und magische artefakte fünf ihr erfüllt die voraussetzungen nicht lebt wohl und eine gute reise wünsche ich boah es ist ja brutal müssen wir das also jetzt hochtreiben oh sieben da ruft mich jemand an bis gleich so weiter geht's ähm das erste mal dass ich jetzt beim LP gestört wurde hatte ich auch noch nie dass da mitten nebenbei jemand mal anruft wahnsinn wir machen weiter ah schön euch wieder zu sehen wir machen weiter ah jetzt seh ich was oh das ist natürlich eine Menge die ich schon aufnehme na wir machen weiter wir machen trotzdem weiter weil ich hab grad so lust drauf und so ne und nebenbei kann ich noch was essen mit ein bisschen Schokolade mit muas hmmm lecker 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 hm ah schön euch wieder zu sehen jetzt kommen wir jetzt nicht richtig doof dass wir diese scheiß höllen magie nicht auf 10 haben hm weil es mir genau ganz wichtig ist weil jetzt hätten wir jetzt alles auf ihrem weg machen können und warte mal mitten mit in meinem geschäft findet ihr mächtige zauber und artefakt einen magier hat folgende voraussetzungen attribute stärke 30 intellekt 45 geschäglichkeit 40 gewandtheit 40 gesundheit 35 und ehre 30 Fertigkeiten Leichte Waffen 7 Parieren 5 Arkane Magie 5 Höllen Magie 10 Und magische Artefakte 5 Ihr erfüllt die Voraussetzungen nicht Magische Waffen genau Und eine gute Reise wünsche ich Jojo Gut Das ist jetzt natürlich ganz toll Quatsch hast du vergessen Dann hole ich mal wieder meine Weltkarte So was will ich machen Wo muss ich hin Nordland Oh mein Gott Wir könnten Talendor Unsere Lieg der Macht zurückgeben Würde uns Setpunkte geben Aber Nützt uns nichts Weil ich doch lieber Ähm Die Regeneration und Resistenz davon hätte Hab Hm Ja Hm Das war der Ausgang der hier ist Wir grüßen euch nobler Held Ich bin ein Idiot Ich wollte doch was kaufen Für was hab ich denn so viel Geld Wohl Schön euch wiederzusehen Mache ich das jetzt Weil Ähm Arcanism In meinem Geschäft Findet ihr mächtige Zauber Und Artefakte Die euch auf euren Reisen Sicherlich nützlich sein werden Also dann Was darf es sein Ja wir haben jetzt wirklich Ein Messerangeld Aber Hm Schwere Entscheidung Ich wäre sagen Sabber sind immer mal gut Gegen einzelne Gegner Verkauf Verkauf Kommen wir nochmal 20 Novas Verkauf Ich danke für den Einkommen Lebt wohl Und eine gute Reise wünsche ich Wenn euch auf Das wollte ich grad gar nicht Egal Wir machen weiter Weil Seid gegrüßt Nobler Held Hm Danke für die Grüßung Oh Sogar perfekt abgepasst Das müssen wir aber hier unten raus Wenn ich mich nicht erhebe Ja Wir müssen hier unten raus Das ist richtig Wir grüßen euch Nobler Held Wir grüßen euch Nobler Ich weiß Ich bin der Nobler Held Müsst ihr aber doch nicht immer sagen So Das Ding muss ich jetzt mal ein bisschen zur Seite schieben So Hm Ich hoffe eigentlich Dass ich jetzt alles wieder in einer richtigen Reihenfolge mache Wenn nicht Das ist dann halt Dann ist es halt nicht so Ja Gut Jetzt laufen wir erst mal den Weg hier entlang Wir lassen uns von Gegnern nerven Denk ich zumindest Würde mich nicht wundern wenn Und Hm Ja Ja Der Weg stand ruhig zu sein diesmal Ja Ich hab auch noch viel vor mir Natürlicherweise Hm Kann ich schon ein bisschen davor hochgehen Wäre es besser hätte ich mich an der Wand gehalten Hm Egal Okay hier sind wir jetzt sehr gut Jetzt kann ich mich besser in der Map orientieren wieder Das geht dann da hoch Ja Na Ah Er hat's vermischt Ach Es sind sogar fünf Stück Wo ist die die letzte hergekommen Scheiße Jetzt wurden wir auch noch vergiftet Wir haben keine Gegengifttränke Hm Hätten wir uns die nicht erstmal kaufen sollen Ich weiß Ja nicht Scheiße Jetzt sind wir wieder von Lebenstränken abhängig Irgendwie war das denke ich echt nicht so geplant Egal 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 Könnten wir dann nach achenthal Und dort könnten wir uns ja wieder mit Gegengifttränken und so vollstopfen Denke ich zumindest Ja Könnten wir Könntest du ganz gut zuhauen Ja Machen wir auch Auf jeden Fall Das weiß ich jetzt schon Aber dafür müssen wir erstmal dorthin kommen Wo ich hin muss Ja Ja Ratten Ja Ey Das ist aber nicht fern Ne So Oh Ja Das ist das Schreckenssee rechts See der Düsternis rechts von uns So will ich dazu mal Schreckenssee sagen Komisch Komisch Egal Das ist jetzt egal Denn wir müssen hier entlang Jetzt müssen wir uns sogar um sie halten Denn ich will jetzt nicht falsch gehen Denn den anderen Weg gehen wir erst dann Wenn wir Wenn wir Dorthin müssen Außer dem ist der Weg hier rum kürzer Und jetzt